Als eine von wenigen getarnten Kameras verfügt dieses Modell über ein integriertes Display. Auf dem können die Aufnahmen angesehen werden. Zudem sieht man auch das Live-Bild und man kann sehen, dass jetzt zum Beispiel gerade eine Aufnahme läuft. Hier sehen Sie jetzt das Originalbild der Kamera. Obwohl es sich um einen sehr großen Raum handelt, können Sie mithilfe des Weitwinkels jede Menge Details erkennen. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de